Hi, herzlich willkommen auf tubalernen.de, der Plattform, mit der du lernen kannst, deine Tuba zum Klingen zu bringen. Ich bin Raimund, dein Online-Tuba-Lehrer. Als ich mit neun Jahren angefangen habe, Tuba zu lernen, gab es weder in unserem Dorf noch in unserer Stadt einen Tuba-Lehrer. Also habe ich bei einem Trompeter angefangen. Und natürlich kann man bei allen Blechbläsern viel zum Thema Tuba lernen, aber nur bei ausgebildeten Tubistinnen und Tubisten etwas, was darüber hinausgeht, was spezifisch für die Tuba gilt. Und das erste Mal Kontakt zu einem professionellen Tubisten hatte ich im Studium Anfang 20. Auf tubalernen.de haben wir uns zum Ziel gesetzt, dass diese Inhalte, die man im Studium und als professioneller Tubist lernt, dass wir die öffentlich zugänglich machen. Und dafür haben wir tubalernen.de gegründet. Du findest, um dein Spiel auf der Tuba zu verbessern, auf tubalernen.de, auf unserer Lernplattform, über 50 Stunden Videomaterial in Videokursen. Und diese Videokurse sind aufgeteilt in drei Kategorien. Es gibt erstens Grundlagenkurse. In diesen Grundlagenkursen lernst du Grundlagen. Die kannst du auffrischen. Und zwar sowohl theoretische Grundlagen als auch Grundlagen, was Rhythmus angeht, als auch spieltechnische Grundlagen. Außerdem haben wir Aufbaukurse. Diese Aufbaukurse können dir helfen, aufbauend auf diesen Grundlagen dein Spiel auf ein professionelles Niveau zu heben. Und darüber hinaus haben wir auch noch Anwendungskurse. Und in diesen Anwendungskursen geht es nicht nur darum, das Wissen und die Technik, die du in den Grundlagen- und Aufbaukursen gelernt hast, anzuwenden, sondern es geht auch darum, angewandt Neues zu lernen. Da gibt es zum Beispiel Etüdenkurse oder es gibt einen Solokurs. Da lernst du eben nicht nur solistische Stücke zu spielen, sondern du lernst auch darüber hinaus etwas über Phrasierungen, etwas über Vortragsbezeichnungen, etwas über Theorie und natürlich, das Wichtigste, die Methoden, um dir solche Stücke zu erarbeiten. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Stöbern. Am besten du legst dir dafür direkt ein Konto an und dann kannst du zu jedem dieser Kurse kostenlose Probelektionen dir ansehen und kannst dir anschauen, welcher Kurs für dich interessant ist. Viel Spaß beim Stöbern, schön, dass du hier bist und lass uns die Tuba zum Klingen bringen. Vielen Dank.